Als die letzten Glutnester des Feuerwerks verloschen, wurde die nächtliche Ruhe durch das Geräusch quietschender Reifen unterbrochen. Ein besorgter Passant hatte den verängstigten Welpen bemerkt, der gefährlich nahe an der Autobahn entlang lief, mit eingezogenem Schwanz. Schnell handelnd, tätigten sie einen Anruf, der den Verlauf der Nacht verändern würde. Das Personal des Tierheims, das mit Postfeuerwerk flüchtigen Tieren vertraut war, erwartete eine routinemäßige Rettung. Aber als sie am Ort des Geschehens ankamen, fanden sie etwas Unerwartetes. Ein Paar, Marilyn und Williams, standen neben ihrem Auto, besorgt in ihren Gesichtern eingegraben. Wir sahen einen Schatten um unser Auto huschen und sich darunter verstecken. Wir dachten, es sei ein Fuchs, berichtete Marilyn. Das Personal nährte sich vorsichtig, bereit, ein verängstigtes Tier hervorzulocken. Doch als sie ihre Taschenlampen unter das Auto leuchteten, wurden sie nicht von einem Fuchs, sondern von dem ängstlichen Blick eines kleinen Hundes empfangen. Sie sah wirklich verängstigt aus, erinnerte sich Williams, ihre Stimme von Mitgefühl erweicht. Die Augen des Welpen sprachen Bände, offenbarten eine Geschichte von Verletzlichkeit und Verzweiflung. Hartnäckig klammerte sie sich an das Versteck unter dem Auto, zögerlich, noch einmal zu vertrauen. Aber Marilyn und Williams harten aus, ihre freundliche Hartnäckigkeit langsam die Mauern der Angst des Hundes abzutragen. Und dann, in einem Moment unerwarteten Vertrauens, sprang der Hund aus seinem Versteck, fand Trost im Auto des Paares. Eingehüllt in die Wärme des Wagens begannen die Zittern des Hundes nachzulassen. Marilyn und Williams boten Essen, Wasser und sanfte Pflege für den kleinen Schnitt des Hundes an. Die ganze Nacht über zeigte der Hund eine außergewöhnliche Ruhe, als ob sie irgendwie verstand, dass sie jetzt sicher war. Der Morgen brach an, und mit ihm kam ein neues Gefühl von Zweckmäßigkeit. Marilyn und Williams wählten das Mitchell County Animal Shelter, ihre Stimmen trugen eine Mischung aus Hoffnung und Verantwortung. Der stille Welpe, der einst unter ihrem Auto gefunden wurde, saß nun ruhig im Tierheim, ihre Augen flackerten von einer Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit. Als das Personal des Tierheims eintrat, weiteten sich ihre Augen vor Erkennen. Dort saß vor ihnen Fiona, die alte Hündin, die seit über einem Monat vermisst worden war. Ein Hund, der während eines Familienurlaubs verloren gegangen war, festgehalten in Postern, die nun überall in der Stadt klebten. Fiona, der ruhige, widerstandsfähige Welpe, war nicht mehr verschwunden. Ein Mikrochipscan bestätigte Fionas Identität, ihre Reise von der Angst zur Rettung war vollendet. Das Telefon klingelte, und die Stimme ihrer Mutter zitterte vor Emotionen, als sie die lang ersehnte Nachricht erhielt. Pläne wurden für eine lang erwartete Wiedervereinigung in Gang gesetzt. Und so geschah es, dass Fionas stille Anwesenheit sich in eine Explosion der Freude verwandelte. Die Tür des Tierheims schwang auf, und mitten im Gefühlssturm spitzten Fionas Ohren, ihr Schwanz wedelte unkontrollierbar. Der Raum füllte sich mit der reinsten Form von Glück. Als Fiona in die Arme ihres Besitzers sprang, ihre Augen strahlten vor Wiedererkennung und Liebe.